Ja hallo und herzlich willkommen zu Sarkusa spielt Battlefield 4. Ja diesmal habe ich mal Conquest auf Operation Locker oder wie es auf deutsch spinnt heißt ganz toll übersetzt gespielt und habe einen 29.15 am Ende rausbekommen und das eigentlich fantastisch krasse dort an der ganzen Runde war eigentlich dass ich am Ende ohne scheiß 200.000 Punkte Erfahrungspunkte bekommen habe in einer Runde Conquest. Ich meine da hat 20 Minuten gedauert die Runde aber ist eigentlich eher kurz für Conquest und 200.000 Punkte schon recht ordentlich. Ich glaube da bin ich gleich zwei Level aufgestiegen. Recht spät jetzt schon so im 70er 80er Bereich glaube ich. Nicht schlecht. Ja ich meine gut man muss dazu sagen das war auch jetzt Double XP Woche gewesen von DICE aus aber nichtsdestotrotz also da boah ich glaube ich bin da irgendwie so ein paar Stunden habe ich da glaube ich meine 20 Level da irgendwie aufgeholt irgendwie und bin jetzt schon irgendwie so knapp um jetzt bin ich schon soweit Level 82 83 und naja es geht ja nur noch bis Level 100 hier und dann ist aus und ja das haben auch schon viele gesagt es geht einfach viel schneller das Level hier als in Battlefield 3 vergleichsweise. Ich glaube hier braucht man äh was hieß es da mal ich glaube 2, irgendwas 3 Millionen Punkte sagen wir jetzt mal und bei Battlefield 3 jetzt glaube ich nur so das zehnfache gebraucht also da hast du ja angefangen dann irgendwie Commander und dann musst du nochmal irgendwie 60 aufleveln und naja aber man muggelt schon dass es bei irgendeinem DLC dann irgendwie so die Erweiterung gibt so wie bei World of Warcraft oder irgendwie Diablo oder sowas dass man dann noch so weiterleveln kann mir sei scheißegal das Leveln ist mir eh eigentlich so ja kopfweg Sprung irgendwie ob so mal die ganzen Waffen dann irgendwann mal freigeschaltet und dann kann man eh loslegen und naja also von daher gar nicht schlecht aber trotzdem 200.000 Punkte immerhin nicht mehr ja 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 ähm PlayStation 4 und Xbox One sind jetzt seit ein paar Tagen draußen und äh Just auch gleich ausverkauft gewesen und naja da wurden ja auch schon viele getrollt irgendwie wenn sie da irgendwie bei Saturn reingegangen sind und äh vorbestellt hatten dass sie dann irgendwie einfach nicht da waren oder dass sie zu spät vorbestellt hatten und nicht so die ersten Vorbesteller waren also da gibt es auch schon so jede Menge Hass im Internet irgendwie zu lesen und zu berichten ähm und ja jetzt natürlich ganz krass natürlich die Geier die sich da irgendwie vorher fünf sechs Stück irgendwie von denen äh vorbestellt hatten von den Konsolen die verkaufen natürlich jetzt auf Ebay für gut Geld und das ist ja horrende Preise da ich meine die kosten was 400 Euro die Playstation und äh bis zu 8, 9 oder sogar 1000 Euro irgendwie äh werden sie jetzt schon irgendwie auf Ebay verkauft irgendwie innerhalb vom ersten Tag ah mein Gott das ist ja schon ein bisschen äh bisschen hardcore irgendwie ich hätte eh nie gerechnet damit dass das so krass ist ich dachte mir A erstmal mhm ja wahrscheinlich werden sie eh genug äh Konsolen irgendwie am Start haben dass da äh kein Mangel herrschen wird und B dachte ich auch dass nicht so viele Leute die kaufen werden weil Konsolen am Anfang ist ja eh immer schon mal so ein bisschen hmhm äh blöd eigentlich weil es gibt ja kaum irgendwie wirklich äh tolle Starttitel irgendwie bei den Konsolen das war ja noch nie so ich glaub Super Nintendo hat irgendwie mal Mario World äh gehabt auf dem am Start das war so glück das Beste was es jemals gab irgendwie ansonsten sind das ja immer so die die mauende äh Semi-Titel ist ja jetzt auch so das sind ja alles so Titel die gibt es halt jetzt für die neuen Konsolen aber die gab es eigentlich für die alten Konsolen jetzt auch schon aktuell und das ist ja nicht wirklich dann eine großartige Verbesserung ich würde mal sagen das ist Forza bei Xbox ist vielleicht so die eine Ausnahme und naja Killzone bei Playstation wo man jetzt auch sagen muss Killzone ist auch kein kein Titel der den Kauf einer bestimmten Konsole gerechtfertigt ich meine das war vielleicht so Halo oder God of War oder sowas aber nicht Killzone und ich frage mich eh ich meine jetzt die gibt es dort jetzt eh erstmal wie ein halbes Jahr oder ein Jahr bis da wirklich ein paar Titel rauskommt frühestens wo dann äh bisschen klar wird okay das ist wirklich Next Gen so The Division zum Beispiel oder keine Ahnung Switcher das neue da was man so an Grafikpracht sieht das ist schon äh atemberaubend und davor mein Gott da müsste mit der neuen äh mit der alten Xbox oder mit der alten äh Konsole da immer noch klarkommen deswegen verstehe ich das nicht so ganz warum da so auch die Leute jetzt so anfangen so rumzuheulen deswegen und mein Gott ich meine entweder entweder bin ich so drauf dann will ich die Konsole von Anfang an haben aber damit stelle ich es mir doch genau vor ich meine ich habe mir auch überlegt so mhm ja am ersten Tag so auf Amazon ja könntest du vorbestellen aber ich brauche halt irgendwie gar keine Konsole und naja ich warte lieber noch wie ein Jahr bis da irgendwie die Spiele rauskommen aber sonst hätte man ja es locker vorbestellen können und wenn man es verpasst hat ja mei dann ist halt einfach Pech gewesen dann muss man jetzt einfach einen Monat oder was warten ja uh da da wird schon die Welt untergehen oder ich meine da erstmal irgendwie gesagt es wird kein Spiel jetzt kommen in den nächsten Monaten wo du irgendwie sagen musst du oh das muss ich jetzt unbedingt haben und äh keine Ahnung ich meine oder man gibt dann einfach so viel Geld aus was ich auch nicht verstehen kann aber wie innerrissig ist das denn dass du da irgendwie keinen Monat warten kannst und dann statt 400 Euro irgendwie 1000 Euro für so eine Konsole aufskippst ich meine wow ich meine gut wenn es wieder Vater ist der irgendwie so zum Weihnachtsgeschäft das seinem Sohn versprochen hat mhm aber selbst dann sagt er dem Jungen ja gut mein Junge dann wartet einfach noch einen Monat da gebe ich doch nicht 600 Euro mehr aus dann gebe ich dir lieber noch ein Spiel obendrauf und dann ist gut irgendwie also das ist ja das ist ja wahnsinnig also ich frage mich echt wer das macht wer das verkauft ich hätte dir nie gedacht boah hätte ich das vorher gewusst ja dann hätte ich aber auch irgendwie zehn Stück mir vorher bestellt irgendwo und dann schön den Reibach da gemacht dann stehe mal vor irgendwie 4 Euro pro Stück irgendwie da kannst du auch gut die Kohle verdienen wird so ein bisschen Prozent aber genau das Versandetikett obendrauf kleben und dann weiter schicken irgendwie schon aus der 4 Euro plus gemacht naja ich meine das ist krasse Glaunerei aber äh freimarktwirtschaftlich wahr hier leben wir und kaufe verkaufe ja selber schuld also ja man hätte auch irgendwie als anders regeln können irgendwie von von Seiten der Konsolenhersteller was man einfach sagt ja keine Ahnung äh pro Spiele ID nur eine und äh so mit weiterverkauftes muss man dann irgendwie dann so da dran bindet aber weiß ich auch nicht einfach mal mehr Konsolenhersteller ich meine es war jetzt auch irgendwie ähm noch ein paar Umfragen machen können irgendwie hätte man schon wissen können aber das ist halt auch so ein bisschen absichtlich wie mit Apple da machen sie auch mal absichtlich wenig äh Produktion am Anfang damit sie halt so dieses diesen Effekt dann eben haben so oh ist es ausverkauft das steht natürlich dann überall in den ganzen Nachrichten was natürlich noch ein bisschen Public Relations für dich um sonst und ja was man nicht hat das das will man natürlich auch mal haben was man nicht haben kann und äh dadurch wird natürlich auch ein bisschen so das angegeilt so ja boah das ist so super toll boah wie viele Leute das doch eigentlich haben wollten und in Möglichkeit hast halt nur so den Pseudo-Effekt gemacht dadurch weil das halt äh einfach die 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 ja die Nachfrage ist halt nicht besonders hoch aber wenn das Angebot halt niedriger ist dann ist es trotzdem ausverkauft von daher ganz geschickt der Zug und das machen sie halt alle absichtlich so ein bisschen ich meine wäre kein Problem gewesen wenn ich mal für Microsoft oder Sony da irgendwie noch drei Millionen äh Exemplare mehr raushauen zu können aber naja ja aber jetzt wie gesagt also wartet einfach noch einen Monat oder zwei dann gibt's die wieder dann könnt ihr immer noch alle Spiele drauf spielen was soll das ich meine jetzt nur wegen Call of Duty Call of Duty auf der neuen Konsole ja mein Gott irgendwie da da ist dann so der eine Pixel irgendwie in der Textur ein bisschen besser aber sonst ist es doch genau das selbe Spiel also Battlefield mein Gott dann für das Geld also wenn du 1000 Euro rausgibst dann kannst du ja echt gleich einen PC kaufen und zwar einen richtig geilen und da kannst du dann Battlefield drauf spielen wenn du schon so drauf bist ansonsten jedes andere Spiel ist es doch einfach nur lächerlich also mein Gott die Welt wird schon nicht untergehen sag ich jetzt mal ne ohm ja also ansonsten äh was lässt sich noch zu sagen ja ja mit den Spielen ist ja auch so eine Sache ich meine ähm so ein paar Analysten irgendwie so die in dieser Spielindustrie so besonders ähm ähm nah am Pult sinkt die haben halt auch schon gemeint dass äh viele Hersteller schon länger an anderen neuen IPs also sprich äh keine Fortsetzung sondern wirklich neue Spiele mit äh neuen neuen Settings und neuen Ideen ähm äh schon dran arbeiten aber die halt absichtlich natürlich jetzt äh nicht vorher rausgebracht wurden für die alten Konsolen jetzt kann man ja schon sagen die alten Konsolen jetzt ähm weil einfach jetzt die neuen schon vor der Tür stand und ich meine die Entwickler wussten ja schon genau wann die neuen rauskommen die kriegen ja schon ein bis zwei Jahre vorher das äh äh Entwickler-Pack wo sie dann schon die ganze Technologie dann äh drauf haben und dann schon genau wissen wie sie es halt programmieren müssen und was halt dann äh an an und Specs alles möglich ist ähm und genau dann siehst du halt einfach dass halt schon sehr viel in der Pipeline sinkt und die halt jetzt so lange warten bis sie halt dann die neuen Konsolen rauskommen und jetzt werden halt fast schon eine 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 Schwämme an neuen IPs rauskommt noch zu den natürlich den äh üblichen Verdächtigen die ganzen ganzen äh Fortsetzungen etc gibt's ja eh fast nur noch und da hieß es schon so ja in den nächsten ein zwei Jahren da wird fast äh übersättigt so in der Markt irgendwie mit 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 krass neuen Spielen und da wird dann wirklich äh einiges auf uns zukommen von daher als Spieler kann man sich da schon wirklich geil drauf freuen das äh wird schon wirklich lustig und auch als PC-Spieler ich meine die ganzen Konsolen die neuen die sind ja eh alles nur alles PCs auch von der Struktur jetzt her ähm was ja früher jetzt nicht so unbedingt war denn Playstation war schon so eine eigene Struktur das war ja auch das Problem bei denen am Anfang dass man da nicht so äh genau drauf konnte ähm die ganzen Programmierer erstmal damit klarkommen mussten wie man da mit äh mit der neuen Struktur wie man das am besten programmiert und das ist heute einfach kein Problem mehr die sind ja alles sind ja alles PC Strukturen und von daher ist auch die Portierung überhaupt kein Problem mehr falls es mal irgendwie so sein sollte das halt nur PC erstmal äh die Spiele später rauskommen und nicht zeitgleich dann wirst du auch kein Problem haben dass es dann irgendwie schlechter portiert wurde oder so weil es gibt einfach keine Portierung mehr das ist einfach die selbe Plattform im Endeffekt und also ich glaube ehrlich gesagt ehrlich gesagt so dass man gut man hat natürlich noch so ein paar Exklusivtitel weil sie natürlich dann irgendwie das da mit ihre Konsolen natürlich anpushen ich sag mal so wie Rise oder Forza und sowas genauso wie halt äh Uncharted wir jetzt auch noch auf dem PC spielen werden oder Call of War aber das sind jetzt so die kleinen Ausnahmen ich meine so die große Masse so Red Dead Redemption zum Beispiel oder GTA das wird dann einfach irgendwie für den PC gleichzeitig rauskommen weil die Portierung nicht nochmal extra Ressourcen benötigt bei den Publishern oder bei den Entwicklern und die das dann quasi dann zeitgleich irgendwie programmieren können und zeitgleich dann rausbringen können von daher ganz positiv für den PC Spieler was mich natürlich auch freut aber genau erstmal abwarte ich denke mal bei der neuen E3 dann nächsten Sommer da da wird glaube ich so einiges Prozent eine Überraschung in dem Haupt ins Haus stehen uns und da bin ich mal gespannt drauf aber bis dahin ist noch eine Zeit von daher jetzt mal bisschen wieder ruhig reinkommen irgendwie also da haben schon viel geredet so dass sie auch gemeint hat unbedingt die neue Konsole und hier und da und so und Kalme Kalme ein bisschen Tee trinken und dann wird schon wieder gut gehen na gut ähm ja ansonsten war es jetzt erstmal von mir das ist halt schon ein recht langes Gameplay wahrscheinlich läuft es noch ein bisschen aber ist wahrscheinlich auch ganz ansehnlich so am Ende habe ich noch ein bisschen reingezockt irgendwie da da ging schon nochmal ein bisschen was also wie gesagt 200.000 Punkte am Ende habe ich noch mal reingeschaut also ich glaube das ist so mein Rekord in einer Runde ich glaube mehr Punkte kannst du eigentlich kaum mehr bekommen da weiß ich weiß nicht wie man da noch mehr reinbekommen kann also ich bin auch glaube ich schon so jetzt bei diesen es gibt so diese komischen Fähigkeiten Divisionen irgendwie bei Battlefield kann ich auch mal im Video machen vielleicht ähm da ist halt so keine Ahnung so so Skill ist halt irgendwie so eine komische Nennzahl ich weiß gar nicht wie die sich zusammensetzt irgendwie weil manchen Runden da bist du halt irgendwie krass schlecht bist du trotzdem besser im Skill auf einmal geworden weiß man nicht warum dann natürlich die ganzen Standards so KD und es gibt halt auch Punkte pro Minute und da bin ich jetzt bei so über 1300 pro Minute also 1300 und das ist so Division 1 mit Abstand irgendwie so so recht weit oben mit dabei also der nächstplatzierte den ich kenne der ist irgendwie bei so bei so 950 oder sowas also geht schon gut ab irgendwie von daher Level up da kenne ich mich aus mein Junge genau also wenn ihr da noch ein bisschen Fragen habt Newtorial habe ich ja gemacht ein dreiteiliges da im dritten Teil geht es ja auch ums Level up und wie man am besten rauflevelt und ja die Sachen habe ich euch genauso hier gemacht und wie ihr seht 200.000 Punkte in einer Runde es geht schon also ich level euch viel zu schnell ich hab schon mal das Gefühl wie so ich hab eigentlich am Anfang eh recht wenig gespielt weil ja noch so die krassen krassen äh Disco Snacks waren und Lacks und hier und da jetzt geht es ab und zu an manchen Tagen ist es aber immer noch doch beschissen irgendwie manchmal ist auch wieder ein Patch dabei das er wieder schlechter macht also so ganz toll ist immer noch nicht ich hab dann meistens doch eher Ärger mit dem Spiel noch von daher habe ich eh nicht so viel gespielt bisher aber gut ich glaube ich hab trotzdem schon so eine 85 Stunden oder 90 Stunden langsam mal zusammenbekommen und bin halt wie gesagt schon Level 82 oder sowas ah es geht ja immens schnell ich glaube bei bei Battlefield 3 da da bin ich glaube ich bis Level 50 oder so ausgekommen so was völlig lächerlich ist hab sie natürlich auch recht spät jetzt gespielt aber das habe ich dann schon äh über Monate gezockt irgendwie und da hab ich keine Ahnung vielleicht einmal am Tag wenn ich den ganzen Tag gezockt habe einmal gelevelt und hier ist man echt so jedes Conquest jede Conquestrunde da ein Level drauf und weiter geht's irgendwie also schon fast ein bisschen so Overkill mäßig aber naja stören tut mich nicht ist ja gut so ähm von daher genau ja also wie gesagt würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet und genau checkt das SnoopTorrel auch aus wenn ihr da so vielleicht nochmal ein bisschen Interesse habt und ein paar Tricks noch äh vom guten alten Halbum hier hören wollt ansonsten sehen wir uns dann nächstes Mal macht's gut bis dahin See ya schau 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 so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020